hallo leute hier ist euer solos von heute im zwölften part von markant 8 und wir machen wieder weiter so grand prix 100er hubraum und heute machen wir mal mit wie nehmen wir den heute mal ich glaube wir nehmen mal lakito nehmen wir heute mal oder haben wir den lakito schon gehabt ne lakito haben wir nicht gehabt so also einmal mosquito bitte ja 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 so ist es für schon mal was naja die reifen sind gut halt ein bisschen nein 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 du ich finde schon so jetzt passt so heute machen wir mal den ballern cup und los geht's da gehen wir mal wieder alles und guck mal ob das mosquito was kann oder auch lakito genannt lakito moskito man kann sagen da gibt es irgendeine staubtrockene wüste so eine ja mir fällt sich grad nicht mal eine gemeinsamkeit genau gemeinsamkeit ja 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 ich bin nicht schon aufgewacht nee 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 egal jetzt machen wir hier weiter mit lakito aber damit zu bekommen modernen pilz da ist wow bamm glück gehabt ich wusste doch dass nichts bringt aber was natürlich und doggy kong ist natürlich wie man reale also wenn eine blaue kommt weiß ich aha ist weg oder rot rot geht auch nein zweifelste zweifelste oh man so schauen wir mal ui nice nice jump nice jump so so wüsste schon ist nice das ist natürlich klassiker bei mario ist immer die zweite welt war immer so egal bei welchem spiel ist ja es ist halt die zweite welt so ausweichen ausweichen so wow 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 nein naja ist eigentlich gut weil wenn da die blaue kommt dann ist er down so so ist es nicht so schlau für mich gerade ich hätte jetzt genau das gleiche gemacht wie ich und aber es drifte ich jetzt bamm jump 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 nein und blitz war ja klar ich wusste schon immer dass ich einen blitz bekomme hier ich wurde elektrisiert kann man sagen ja kann man sagen jump so runde 3 boah fand 3 willst du bitte kommen 1 2 3 nein leider nur 1 äh 2 mittisch komm schon passen wir da durch passen wir da durch nice wir passen da durch na gut wir sind ein moskito also da wenn dann nicht da durch passt bam gut dass ich die mir leider aufgehoben hab und pilz voraus so jump so jump jump ja ich wusste es dass eine rote kommt oh die grüne hab ich schon von nicht gesehen jump und bäm und gut okay und hier임 안에 so weiter geht's natürlich so nächstes rennen leute nächstes rennen ihr wisst bescheid leute ihr wisst bescheid so donut ebene was eigentlich ein bisschen komisch ist weil ein donut ist es ja eigentlich nicht und und los geht's glaube ich schaffe eigentlich meistens in den guten start irgendwie ich weiß auch noch warum ich bin so fies leute ich bin so richtig fies ich bin so richtig fies leute ich bin so richtig fies leute so wo 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 ludwig was los hier was jetzt los rosalina wirklich wario alles klar leute wieder richtig an naja dann kommt es ein bisschen gefärbt worden ok so ich warte ein bisschen ach komm ich wollte eigentlich abkürzen aber irgendwie wollte ich wohl doch nicht ich weiß auch noch warum komm treff ihn treff ihn ja man er hat ihn getroffen auch wenn es ein bisschen sehr viel glück war ich hab jetzt noch geschafft im ersten platz weil ich hab mehr beschleunigung sind wir ein bisschen schneller hier und aber noch 10 münzen so jetzt haben wir die zimmel schon jetzt noch schön ins ziel fahren so da ist das ziel nice und erster so es geht gleich weiter und perfekte und wir machen weiter nächstes rennen naja wenn ich jetzt ein bisschen pause mache wird das video hier ein bisschen länger als sonst also naja egal so den königsreiche rennpiste im magerkreis 64 konnte man da einfach mal ins schloss fahren was heute natürlich nicht mehr geht schade aber naja so und ein und ein und ein banane eine banane ich fengel weg von deiner banane ich hab keinen lust auf deine banane du dh du dh du dh du oder das ist so geil wie früher der weckt mir gerade die kinder zähnnerung von mark 64. das war so nice früher das war so richtig geil früher so mit seinen Kumpels immer so mal Kartsjacken so auf der N64 war schon richtig nice weil zu zeigen, ja, welche Charakter ist wohl der Beste, hä? oder auch bei den, ähm bei Wettkampf zum Beispiel ging es ja auch, oh, das war so geil früher so, zerstört so, am liebsten wäre jetzt die Blaue gewesen aber aber, naja egal, ist jetzt mal benutzt, also ist egal ah, wieder ne rote, nice haben wir sowas für klar, dass noch ne rote kommt ich verheirat mir noch das Lied noch, wie früher, ey ich bin so richtig abgegangen bei dem Lied, so aber heute, ein bisschen ruhiger es ist immer so geladen wie früher, aber na gut ich fand's früher geil, wo man früher in den, ähm, Schloss reinfahren konnte das war richtig schon nice aber heute geht's natürlich leider nicht hab ich glaube ich immer in 50er-Upromen schon mal gesagt ja, schade, schade, schade Aber egal So Ah Wenn die letzte Runde ist, gibt es immer schneller die Musik Und das war ganz schön nice Naja, die feilen schon richtig Die Piranha pflanzen hier die feilen mich schon Aber wenn ich zu denen zu nahe komme Das ist wie die Paparazzi hier Dann hat man echt Probleme hier So Und Jump Hi Toad Toad in grün So Die feilen hier mich alle Selbst die Piranha pflanzen Nein, Blitz, warum Blitz Ne, egal Bevor ich ins Ziel komme Habe ich ja noch die 10 Münzen so passt Und auf geht's Bam Und er ist da Cool So Die letzte Strecke, Leute Die letzte Strecke Bin gespannt, Leute Bin gespannt, wie die Strecke wird Die Kate Dschungel Okay Stimmt, da war ja was Stimmt, da habe ich doch Donkey Kong Spät, oder? War das so? Ach, keine Ahnung Weiß ich nicht mehr Ich glaube nicht Ne, das war Mario oder so Ne, nicht Mario Ach, ich weiß Vergessen, Leute Muss ich mir da mal angucken Welcher Charakter schon mal war Nein, das war daneben Und ich bin daneben Ach, komm Ach Was ist denn jetzt los? Ach Manchmal bin ich mir da motiviert Übermotiviert Und Unkontrolliert So, das hat sich geräumt Aber es geht ja nicht noch hin Also Alles gut bleiben Oh, das ist ein Frosch So Jump So Und schon wieder Zweiter Ne, dritter Ups Ich war mir wieder zu froh Oh, das war knapp Oh, ich hab mal in die Runde geknallt So Nein Ach, der hat nur Windschatten gehabt Shit Naja, egal Wir kriegen da schon irgendwie gebacken Nein, Ludwig Wow, wow, wow Das war, das war das so toll Oh, Mann Nachkommen Und wieder überholt Nice Warum ist es eigentlich so langsam gewesen? Na, egal Ist auch gut so Dann wissen wir, wer halt der King ist So Dann noch eine Runde noch fahren Und dann haben wir es, Leute Dann haben wir es Und der 3 von 3 Das heißt, die letzte Runde steht an Wieder ne Mütze Nice Komm, passen wir da noch durch? Ja, Mann, wir passen hier noch durch Geil Aber ich würde immer besser, Leute Das muss man schon so sagen Wenn man sich halt sehr lange einspielt Ich muss auch zugeben Ich spiele eigentlich nur, wenn ich halt aufnehme Sonst spiele ich eigentlich überhaupt nicht Da hat man es trotzdem irgendwie geblut Ich weiß auch noch warum Nein, Mario Kart haben sich das Kind immer so gesuchtet Mario Kart 64 Mario Kart Supercircuit Super Mario Also Mario Kart Double Dash Mario Kart Wii Mario Kart DS Und... Nein Und Mario Kart 7 Und ich hab meinen 3 Münzen verloren Ach komm Wenn man grad im reden war, dann ist die weg Shit Egal Oh ja, sind jetzt eh erst Also locker Lockerflockig Wie gesagt, Mario Kart 7 Und jetzt Mario Kart 8 Ja gut Klappt schon Wenn man nämlich eigentlich ist, dass ich vor dem Ziel noch runtergefallen bin Naja, egal Bananen Cup Ja Nice und 3 Sterne bekommen Neu Charakter freigeschaltet Vater Teil freigeschaltet Und... Posten Wir posten immer Leute Jeden Part posten wir So, wir posten ähm... So, abgesendet Lakito voraus Oh, wenn ich... Wenn ich Lakito jetzt falsch geschrieben habe Wegen das... Ich hab da U-Schlag geschrieben Dann schreibt das U Und da steht's auch noch Naja, egal Ich hab das gepostet Und gepostet Lassen wir es auch So... Dann... Schauen wir mal Was für ein Gattel Wir haben Ludwig freigeschaltet Nice Was für ein Gattel Es fehlen jetzt noch 2 Charaktere Dann haben wir alle freigeschaltet Und... Ja... So Leute, dann würde ich sagen Bananen Part Ich hoffe es hat euch gefallen Im nächsten Part geht's dann weiter Da gehen wir dann zum... Ähm... Ich nehme jetzt einfach mal Baby Peach Oh, wir haben das auch noch freigeschaltet Was wir... Nur so besprochen Für später erst Und im nächsten Part Machen wir dann den Sternen Cup Und ja... Dann würde ich sagen Bananen Part Das hat euch gefallen Im nächsten Part geht's dann weiter Und ja... Vergiss nicht abonniert Und kommentiert Und bleibt nächstes Mal bei Vom Mario Kart 8 Von Starwood Ace 95